Herzlich Willkommen zu einem Wienlange Oslo Spezial und Sie sind schon mittendrin in unseren ersten Test, denn wie lange kann ich auf diesen jungen Mann hier einreden, der ja kein Wort von mir versteht und ich die ganze Zeit mit ihm rede. Siehst du wirklich sehr, sehr gut aus. Die Charlotte könnte das jetzt ein bisschen übersetzen, die kann ja Norwegisch, aber es hat ja sonst keinen Sinn, denn sie müssen ja so lange hier stehen bleiben und mich nicht verstehen. Das ist ganz wichtig. Es sind schon jetzt 28 Sekunden und sie machen das wirklich sehr, sehr gut. Wirklich, sehr, sehr gut machen sie das. Auch schick angezogen heute. Ein paar Flecken. Ja, ein paar Flecken, aber das macht ja nichts. Die Frau kann ja waschen und wir bleiben einfach jetzt mal so lange hier stehen und testen das einfach mal aus. Ja, ja, das macht ja nichts. Musik Wie lange brauchen wir, um 10 Personen zu finden, die mit mir zu Lena tanzen? Nicht lang hier in Norwegen. Wollen wir mal gucken. Ich helfe dir gerne. Okay, machst du die Musik an? Ja. Okay, ich hole die. Lauter! Do you want to dance with us a little bit? Come on, okay. There you go, Tim. Okay, blieben, let's. Hallo, ich mache dir, ich mache dir. Wir tanzen mit uns. Es soll ja gleich regnen, habe ich gehört. Ich spreche Norwegisch, aber es wäre Quatsch. Ja, macht keinen Sinn jetzt, das zu übersetzen. In England, North? Nein, das macht überhaupt keinen Sinn, wenn ich jetzt Norwegisch antworte. Nee. Dann ist das Spiel zu Ende. Ja, das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja, dass wir so lange hier stehen bleiben und uns überhaupt nicht verstehen. Ja, genau, ja. Verrückt, ne? So sind wir Deutschen. Einfach komplett verrückt. Ja, und das ist jetzt schon... Also, eine Minute, 20 Sekunden sind wir schon dabei. Oh, oh. Hey, will du dansen mit Tamat? Dannst du her? Schauen wir den. Die beiden dansen nicht schon? What is it for? Fun. For fun. For fun? Ja. Two minutes. Thank you. Okay. Sie auch? They only speak English. Ja, ja. Aber das macht ja nichts. Ja. 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 Wir können das stundenlang noch machen, finde ich. Ja. 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 1,48. Ja. Kan dere danse litt med oss? Det er han da var locket scene. Kan dere bli med og danse litt? Ja. 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 Vet du hvor vann? Hahaha. Sonja. Ja. Blomsekranse dere her? Ja. Ja. Sonja. Yeah. 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 Ja. 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 Jetzt gucken wir mal, wie lange können wir hier in den Plastiktüten rumwühlen. Jetzt gucken wir mal, wie lange kann ich Geschenke auspacken. Ach du Scheiße! Lass es euch mal hier. Das ist schön. Elf Sekunden. Weihnachten bin ich schneller. Ich glaube, wir schlagen uns gleich zusammen. Ja, das ist richtig. Wir haben eine crazy TV-Show hier. Wie lange können wir in deinen Backen schauen? Wir haben einen Puss, ja? Eat your Pussy? Nein, nein. Okay. Eine Minute neun. Und bis sie noch am Leben. Das ist, glaube ich, der Film hier. Thanks a lot. Go and eat your Pussy. Can you go and eat your Pussy? No, no, no. Ich glaube, eine Ausdauer. Wahnsinn. Die aber auch. Die geht jetzt direkt zur Polizei. Meinst du? Ja. Ja. Oh, jetzt gibt's Ärger. Jetzt gibt's Ärger. Jetzt wird's witzig. What is happening? Nothing. Should we stop? Nearly two minutes, wow. Thanks a lot. Zwei Minuten. Zwei Minuten, gut. Hau rein. Hau rein.